Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Nach der Flucht von Alcatraz haben wir uns nun in drei Fünferteams aufgeteilt, um in der ganzen Map verschiedene Quests zu erfüllen. Es war echt ein tolles Event von Eldorado, gut organisiert und so und große Lupe an Gariman und an die Leute vom Eldorado-Surfer, die mitgewirkt haben. Viel Spaß mit dem Video. Es tut mir wirklich leid, wie es gelaufen ist. Wer denkt denn auch, dass diese russischen Blindgänger tatsächlich unsere Spione bei der Einreise nach Tschernarus enttarnen würden und euch gleich auf die Insel bringen. Nun seid ihr hier und ich muss euch gleich die nächste schlechte Nachricht überbringen. Seht ihr diesen Schrotthaufen hier? Das war mal mein Auto. Jetzt ist das höchstens noch als Altmetall wert. Wir können so nicht weiter. Eigentlich sollte ich euch zu eurem Kontaktmann am ATC im Nordwest-Erft-Field bringen, aber so wird das nicht. Ihr seid auf euch alleine gestellt, Jungs. Am besten macht ihr euch direkt auf die Socken und versucht euch zum Flughafen durchzuschlagen. Da wartet dann der Kontaktmann auf euch. Hoffentlich. Viel Glück. Ich hoffe, es geht euch. Warte. Warte. Nein. Los, 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 Leute. Wer ist, viel Glück. Ich kann mir scheinbar vielleicht den Namen losgehen. Ich weiß, was lange geht. Links, rechts, rechts, rechts. Dürfen die Rucksäcke nehmen, oder was? Ja. Wo gibt's noch eine ATC? Das war Lothar locket ein Team hin. ATC-Loft, äh, hier. Er fliegt 1 und 1 auf dem anderen Tower. Da gibt's ja kein Tower. Da gibt's ja kein Tower. Hallo? Hallo? Ja, vielleicht, ähm. Wir müssen so'n Zettel lesen. Wir müssen so'n Zettel, so'n Zettel suchen. Schreib Garry an mit Notiz. Alter. Schöne Waffen, ja. Alter, ich nehm die auf. Einfach Garry anstupsen und Notiz schreiben. Hier ist ein Zettel, hier ist ein Zettel. Da steht nix drauf. Da steht nix drauf. Da steht nix drauf, weil die hier verpackt sind. Du musst ihn anschreiben. Du musst anstupsen und dann schreiben Notiz. Erst dann redet der oder... Ich lese vor. Wenn du diese Nachricht liest, bin ich schon längst wieder auf der Flucht. Wir haben einen Verräter in den eigenen Rhein. Ich werde gejagt. Ebenso wie du bin ich aufgeflogen. Keine Zeit muss weg und mich verstecken. Sonst lande ich auch in Alcatraz. Ich habe dir eine Ausrüstung dagelassen, was ich entbehren konnte. Außerdem habe ich ein Walkie-Talkie dazu gelegt, damit wir in Kontakt bleiben können. Ich versuche ein Versteck zu finden. Ruf mich über das Funkgerät, wenn du da bist. Codename Gruppe B. Wegen unserem Verfolgern kann ich Frequenz hier nicht hinterlassen, aber genaue Informationen findest du bei 96,988.10. Die Koordinaten sind das. Ja, okay. Vkams, du nimmst das Walkie-Talkie, weil du nimmst eh auf. Ich suche die Koordinaten. Und du, genau. Perfekt. Du suchst die Koordinaten. Habt ihr zugemacht oder nicht? Och Leute. Der blaue Armband, blaues Armband. Blaues Armband, schießen. Nein, 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 nein. Schießen, schießen. Wir hoffen. Rudin. Hinterm Truck, hinterm Truck, hinterm Truck, hinterm Truck. Zumachen. Zulassen. Zumachen, zumachen, zumachen. Ich muss hoch, ich blute. Habe getroffen. Er ist tot. Nice. Noch einer tot? Noch einer tot? Oder harte Hits? Uhrzeige. Bei der Scheune, bei der Scheune. Uhrzeit. Jetzt einer vorm Haus. Es geht jetzt los. Ich pushe jetzt raus. Ich pushe jetzt raus. Einer tot. Einer tot. Einer tot. Ja, es stimmt auch nicht. Okay. Also weiter, weiter, Leute. Warum bleibt ihr drin? Wenn wir schon pushen? Ich back mich richtig rum, Leute. Ich auch. Ich hab ein bisschen G-Bug. Ich hab ein bisschen G-Bug. Okay, lass los, raus. Scheiße, ey. Einer ist dead von denen. Was macht man gegen den G-Bug? Äh... In Richtung laufen. In Richtung laufen. In Richtung laufen. Ja, gegen ihn. Okay. Wir gehen jetzt einfach alle. Es sind zwei Tote hier. Ja, raus. Raust du. Ja, wo langt den überhaupt? Links. Links, lass mich. Links. Brocken legs. Brocken legs. Ich geh ins Haus hier. Soll ich bandagieren? Ich bandagiere dich gleich. Nein, 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 nein. Lass versuchen, da wo wir herkamen wegzurennen, okay? Da wo wir herkamen wegrennen, okay? Okay. So. Wir müssen hier noch erst bandagieren. Pass, pass, pass. Geht wieder. Los, weg, weg, weg. Komm, Richtung Zelt hoch. Nein, nein, noch nicht. Noch nicht. Nicht zum Zelt, aber Richtung Zelt. Ich weiß gar nicht, wo das Zelt ist, Jungs. Ach, gleich, ich seh's jetzt. Okay, gut. Okay, links. Wir sind links in den Bäumen. Mit Spartacus, hier im Spartacus. Ich bin jetzt auch gleich da. Also der eine, der rausgeputscht hat, hat eine gute Arbeit geleistet. Jo, zwei Leute umgehen. Ich hab richtig gut gemacht. Einen, einen. Wer war das? Hallo, hallo, hallo. Das könnte aber 96,6 sein. Müsste eigentlich 96,6 sein. Jetzt hat. Ich hör über jemanden reden. Hör den denn? Moment. Nein. Negativ. Der ist laut, der ist laut. Ja, Gruppe B. Ja, richtig. Ja, richtig. Ne Gruppe B. Hä? Ich glaube, hier sprechen gerade drei Parteien. Ah, Gruppe A. Der ist ein Gegner. Wo denn? Ja, ne, die reden auch. Die sind auch im Channel. In dem Toki Toki. Okay, also hier ist Gruppe B. Okay, also hier ist Gruppe B. Notiz. Notiz. Ich geh ein bisschen hoch und schau, ob wir jetzt gleich gerusht werden. Guck ein bisschen im Berg hinter uns noch. Ich guck hoch. Was waren jetzt die Notizen? Hier, ich setze Ziel. Ja, hier rechts von uns muss die Police gleich sein. Ich seh sie schon. Siehst du sie schon? Ja, ja. Und hier von hier ist sie besser. Von hier ist sie perfekt. Sieh sie auch. Sie liegen, das sind schon wirklich. Das liegen tolle Zombies. Das könnten die trotzdem sein. Die Typen, die den bewachen. Ja, ne, aber ich glaub... Ja, oben drauf ist einer. Ganz oben drauf ist einer. Ich seh die Police nicht. Ganz oben drauf. Wer macht diese Musik? Wo bist du? Wo bist denn du? Hier, vor dir, vor dir. Im Funktion Haus. Im ersten Stock sehe ich ihn. Da ist einer. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Er ist patrouilliert im ersten Stock. Hab ihn. Hab ihn. Er ist tot. Ich geh drauf. Ich geh drauf. Okay, ich mach den ersten Stock. Ich seh keiner im ersten Stock. Im zweiten Stock ist einer patrouilliert. Ich gleich seh ihn. Ich geh in Bates. Trafen. Oder? Nein, hab ich nicht. Fuck, er läuft. Er ist wie im ersten Stock. Ich seh ihn nicht. Tür auf. Ich auch nicht. Er ist irgendwo im ersten Stock, Jungs. Ich soll ich den Reifen nehmen und hochpushen? Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn. Hilft mir. Ich hab alle. Ich hab alle. Komm rein. Okay, gut. Wer schießt? Ich. Hauen, komm. Ich bin hier unten. Ich bin hier unten im Gefängnis. Wer ist schon einer von uns oben? Nee. Ah. Vielen Dank. Das war ganz schön schön eng. Mach die Tür zu, mach die Tür zu, Jungs. Mach die Tür zu, mach die Tür zu, Jungs. Scheiß Polenschweine. Komm hier nicht rein, das packt zu doll. Hört zu. Hört zu. Ich bin oben. Hört mir ganz genau zu. Haben nicht viel Zeit. Ich bin da an einfach Informationen gekommen. Ähm. Ich weiß, dass die Terroristen es geschafft haben, die Radiofrequenzen so zu modifizieren, dass die unschuldige Zivilisten in Mordlüsterne Zombies verwandeln. Wir müssen diese Entwicklung aufhalten, sonst sind alle infiziert. Hört zu. Ihr müsst nach Green Mountain gehen und ihr müsst den Turm mit den Granaten hier bombardieren. Die haben die wohl nicht weggenommen. Okay, nehm ich nehm ein und nehm eine Granaten. Geht nach Green Mountain und bombardiert den Turm. Ich nehm beide, ich nehm beide Granaten. Jawoll, danke. Haben wir jetzt beide genommen? Haben die Green Mountain sonst noch irgendwas getan? Nein, mir geht's soweit ganz gut. Okay, okay, na klar. Wer kann dir nicht helfen? Gut. Danke, danke. Wer hat die zweite Granate? Wer hat die zweite Granate? Ich hab die. Ja, ist gut, wenn wir alles abhalten müssen, was nicht hier für uns ist. Danke. Ja nix auf Karl. Über uns, über uns. Schwarzer. Bin wir da? Ich seh's, ich seh's, ich seh's. Links über uns ein schwarzer Spieler. Erz, links, geht in Deckung, geht in Deckung. Ich kann ihn ausschalten, ich kann ihn ausschalten. Mach, 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 mach. Ich glaub nicht wieder einen. Warte, ich seh ihn nicht mehr. Ich seh ihn nicht mehr. Du musst ihn ausschalten, wenn du ihn siehst. War ein conscious. Sehr schön. Wo ist der andere? Das war ein Spieler. Das war ein Spieler von denen, ein Bandit war das. Noch einer? Ne. Keine Ahnung. Da war nur einer. Hast du den Finishing? Okay. Bin hinter euch. Bin hinter euch. Ich lauf hinten. Wenn jetzt noch einer hinter mir ist, da ist jemand, aber das ist... Ich, 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 ich. Das ist Zombie bei mir, glaube ich. Also wer jetzt hinter mich fällt, der ist Gegner, ja? Also passt bitte auf. Zombie vor uns. Zombie soll ich ihn wegschießen? Nicht schießen, nicht schießen, nicht. Wir laufen weg. Echt? Wir laufen weg drüber, oder? Nein, nein, lass ihn einfach den Zombie. Ich lass rechts drüber auf die andere Seite. Bin drüben. Aufpassen, Prison, gell, Jungs. Jo. Ich guck auf Prison. Oh, ist einer oben, steht einer, glaube ich. Wo? Im Prison, glaube ich. Ich snipe rein. Welche Seite? Äh, mittleres Fenster, da steht jemand. Schwarzer Kopf, glaube ich. Sieht so aus. Na, jetzt nix, jetzt nix mal, er war da kurz gestanden. Ich seh nix. Er war kurz gestanden. Lass mal näher ran, oder? Ine halt die Mauer gehen. Ja, ich muss schauen. Wie kommen wir da rein? Werfe, abgranatik... Fuck, sie hekt da oben, sie hekt da oben. Weg, 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 weg. Fuck, das ist irgendwie an dem Ding, an dem Eisenzahn. Alles okay mit euch? Ja. Wo sollen wir die da hinwerfen? Nein. Einfach an den Turm, der ist neben dem Turm irgendwie an den Eisending hängen. Eigentlich war das der Turm. Wir müssen da rein hinzuschmeißen. Ja, wey. Das war ja außen am Turm. Alter, ich bin total unkoordiniert. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Nix. Gar nix. Wart ihr schon im Zaun, oder? Ja. Ich dachte, da habe ich eine Twitter auf jeden Fall. Ich höre Rausch, aber... Okay, rückzug, rückzug. Ich befinde mich in den Händen einer radikalen Gruppierung, die ihre Vision eines apokalyptischen Gartenerben verwirklichen wollen. Ich habe es geschafft, mich in die Lautsprecher der Funkstation zu hacken. Ich hoffe, diese Nachricht erreicht die richtigen Leute und nicht unser Feind. Wir können diesen Terror stoppen, aber dazu brauche ich euch. Kommt nach Elektrosarvots und holt euch hier raus. Aber stopp! Rennt jetzt nicht einfach los und spielt Weltretter, sonst rennt ihr in eure Verderben. Diese Verrückten haben mit den ständigen Fehlschlägen bei ihren Experimenten die gesamte Stadt versorgt. Alle müssen Schutzanzüge tragen. Ich kenne einen Experten auf dem Gebiet der Serum-Entwicklung. Vielleicht kann er euch weiterhelfen. Soweit ich weiß, hat er sich im Schulerbau in Novaya Petrovka niedergelassen und arbeitet weiter an seinem Experiment, um so die Rebellen zu unterstützen und unser Feind aufzuhalten. Ruft vor seinem Versteck seinen Spitznamen Frankenstein. Dann sollte er euch reinlassen. Beeilt euch. Habt ihr es gehört, Leute? Wir haben positiv. Wo seid ihr? 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 Novaya in der Schule. Ich bin jetzt auf der Straße hier. Spieler, links, Schule. Ist das einer von uns? Ja, ich bin links bei der Schule. Frankenstein, bist du das? Was wollt ihr? Hier gibt's nichts zu erzählen. Gibt's doch nichts zu hören, ey. User disconnected from Returnal. Tag, wir sind am Arsch. Gehört ihr zu den Rebellen? Nein, wir wollen die Rebellen... Sicher? Du gehörst zu den Rebellen? Nein, wir wollen... Wir wollen die Rebellen stürzen. Ich hab euch in meinem Traum gesehen. Kommt rein. Kommt zu mir rein. Geh du mal auf die Blocken. Ich komm mal rein. Wir kommen hoch, wir kommen hoch. Wo bist du? Wollen wir links rein in den Eingang, oder? Hier muss der drinnen sein. In meinem Chemielabor. Wer deckt? Sind alle in der Schule jetzt, oder was? Ja. Kommt mit. Ihr müsst euch das ansehen. Mein Serum. Mein Serum ist endlich fertig. Der muss im ersten Stock sein, oder? Wir haben ihn schon, ja. Hab ihn schon. Ihr seid genau genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Diese Tür. Ihr seid genau richtig gekommen, um bei der Veränderung der Tinktur des Jahrhunderts dabei zu sein. Guckt euch das an. Ha! Es hat funktioniert. Hier. Nehmt das mit. Und rettet die Welt. Ich will jetzt schnell öffnen. Nein. Halt. Rettet nicht die Welt. Ich hab was vergessen. Rettet jemanden. Ihr müsst meinen Assistenten retten. Meinen Assistenten Bernd. Wisst ihr? Sehr ordentlich. Sehr pünktlich. Pflichtbewusst. Eigentlich. Ich hab ihn geschickt, um Schutzhelme zu holen. Wir brauchen ein bestimmtes Material. Wisst ihr? Aber der Bernd. Der ist jetzt einfach nicht mehr zurückgekommen. Wir müssen ihn finden. Also. Ihr müsst ihn finden. Ich werde diese Schule nicht vergessen. Nehmt diese Tinktur. Und bestreicht eure Helme damit. Wenn ihr Bernd denn findet. Das letzte was ich weiß ist. Dass er irgendwo nördlich von Cabanino zu einem einsamen Haus wollte. Rufen vor dem Haus einfach nach Bernd. Dann hat er vielleicht keine Angst vor euch. Weiß welches. Ich auch. Markiert. Los. Okay. Wenn ihr bei den Bernd seid, fragt ob er mein Teddy geklaut hat. Aber Nino. Ich dauert ein bisschen. Findungspieler. Links hinter uns. Links hinter uns unten an dem Haus. Ja. Ich bin hier reingelaufen. Oh. Headshot hab ihn. Glaub ich. Ich muss ihn haben. Pfau kam. Ich bin nicht reingelaufen. Bist du unconscious? Ja. Wo liegst du? Keine Ahnung. Der Typ liegt noch. Schieß mal drauf. Schieß mal drauf. Ich sehe ihn nicht. Am Zaun einfach. Am Zaun. Schieß mal unter dem Zaun. Schieß mal unter dem Zaun. Schnell. Drittes Loch. Drittes Loch. Hinterm. Viertes Loch jetzt. Viertes Loch von links. Viertes Loch von links. Fünftes Loch jetzt. Fünftes Loch jetzt. Fünftes Loch jetzt. Granate. Schmeiß ich. Tommy kommt. Tommy hat den Sniper. So. Granate ist raus. Er lebt noch. Stürmen oder was? Er hat broken legs. Er hat broken legs. Kann einer mal? Kann einer nach rechts baiten gehen? Jo. Beide nach rechts. Er ist am letzten noch. Auch Hilfe mit dem Zombie. Er ist am letzten noch. Er rennt weg. Er rennt weg. Ist er gerade bei den Zaunen reingerannt? Ja. Ja. Ach das war der auch. Wo ist der jetzt circa? Nicht bestimmbar. Hab ihn. Ich bin erkannt. Ich brauche Hilfe schnell. Hol dich. Hol dich. Der Truck ist doch schon lange weggefahren. Wir sind Team B. In der Gruppe kommst du? Team B. Und nach wen suchst du? Aber gleich bin ich schneller. Wir suchen nach dem Assistenten von Frankenstein. Das bist du. Und wer ist das? Was? Ich weiß was. Herr, die gehört auf das. Du solltest uns Material beschaffen. Und wer ist das? Material beschaffen? Für den Elektro kommt aber aber kommt kommt nur einer rein ja ich komm rein ich hab die Tinktur warum machst du das? aufpassen lass die Waffe in der Hand komm jetzt rein Bernd komm komm rein aber nur alleine ja das ist gut hast geschossen bleib lieber unten da ist gefährlich überall Zombies und Leichen oh mein Gott der hört sich auch geil hin der hört sich geil an der Typ weiter wer ist das? ist er auf die Tür geschlossen? ich save andere Seite wer steht auf? wer ist auch gestanden hier ich hab euch den Helm modifiert wer ist außerhalb bei uns? ich 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 du bist ein ganz toller Assistent hat er gesagt du bist immer bündlich ja ja da ist was dazwischen gekommen da kann ich nix dafür hast du mal da draußen geguckt? ich geh hier nicht mehr weg egal was der Doc gesagt hat Hound tank an den Teddy ah der Teddy ah der Teddy hast du den Teddy? den Teddy geb ich dir nicht aber den Hut den nimmst du mit den brauchst du rette die Welt ok kriegen wir hin das machen wir den Teddy den brauche ich ich geh deinem Schicksal ja wenn der froh ist holt mich hier raus vergesst mich nicht ok ok machen machen nein wir holen dich Hound wer ist das? Hound wer ist das? Metzler wir sind beim Staudamm haben laufen gerade über den Staudamm hinter dir also dann laufe ich weiter oder was? ne die laufen jetzt zum Auto ne ich lauf gut jetzt sag mir mal Koordinaten kurz damit ich mich orientieren kann kannst du gut audikern oder soll ich machen? ne das ist schon klar aber wo wir grad zu machen magst du nicht noch ne Waffe haben? ich denke jetzt das ist eine Ausschränkung ist rein da Spieler vor uns umdrehen 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 fahr weg fahr weg zu langsam fahr schneller fahr schneller fahr schneller fahr schneller fahr schneller Gas hinter uns jetzt hier 4 Spieler ja 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 lass links hoch im Wald ok ja gib Gas wir müssen zum Waldschlaf machen oder wir fahren unter zu den Häusern rechts runter zu den Häusern rechts runter zu den Häusern du musst dich echt beeilen Alter das ist genau links von uns wir waren grad angelegt ich lauf jetzt hier nur weiter Alter ist mir egal aussteigen ich steig noch nach links aus lass aufs Wald hoch gehen oder? ja gib Gas hoch in den Wald weiter aus wie weiter oder wie? ja hinter uns ok wo ist denn da drüben? Spieler Scheiße wir haben einen Spieler wo? bisschen am Tag bisschen am Tag ja ich bin hier unten am Piano Schuss? ja der geht auf mich lauf hier ist es ja ich leb noch lauf ich nur Norden ja bin ich unterwegs wo bist du jetzt genau wo bist du jetzt genau? achso Nordwesten Nordwesten Industriehalle Industriehalle bin ich also hier auch Camperhalle riesen Industriehalle ja wir sind hinter denen wir sind hinter der Camperhalle ich komm jetzt ja wir sind da mal dass ihr mich hört mal dass ihr mich hört ja wo seid ihr? hinter der Camperhalle hinter der Camperhalle hinter der Camperhalle ich bin doch an dieser Halle jetzt bitte weiterlauf 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 ich komm am Westen hinter mir kommt ein Spieler pack die Pistole weg pack die Pistole weg ich kusch den ok ist das das Gebäude in das ich rein muss? ja du gehst mit ihm einer von euch geht mit ihm einer mit nein nicht mit der Dings hier mit der Winchester ich komm mit ich brauche Autorrifle ich komm mit ich komm mit ich komm mit gut ich lauf hinter dir her wo welcher Raum? bei dir seid ihr schon oben? ich bin alleine komm hoch schnell hoch gut zeig mir den Hut auf dem Auto schlachtes Gebäude? ja ganz hoch ganz oben ganz oben wo musst du ihn? oh ist das hier das Tick-Gebäude hallo 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 hier ist der Hut wunderbar ich verzweifle halt Leute ihr wollt doch nicht in dieses Gelände rein seid ihr verrückt? ach halt ich seh schon dieser Helm Schutzhelm richtig? ihr seid wohl beim alten doch vorbeigekommen was? na dann Jungs kommt her und packt euch erstmal was zu zu futtern hartes Land hier hartes Leben seid froh dass ihr hier nicht Tag für Tag ausharren müsst diese ständigen Explosionen und merkwürdigen Lichtern in der Stadt weiß der Teufel was diese Endzeit Fanatiker da aushacken Fakt ist wir müssen den Wissenschaftler Ivanovich da raushauen und mit euch werden wir das sicherlich schaffen ihr habt euch quer durch ganz Tschernarus gekämpft und wie ich gehört habe sogar Elite Truppen der Terroristen besiegt Hut ab oder lieber Hut an und deswegen sollten wir nämlich gar nicht erst versuchen den Prof zu befreien aber lassen wir das erstmal halt euch ein Mütze ha Mütze schlaf und dann planen wir weiter ok ok Leute haben wir gewonnen? Haben wir gewonnen oder nicht? Haben wir gewonnen oder nicht? Leute ihr habt das Event gewonnen? Ja Geil Ich dachte wir haben verloren Leute Leute jetzt löfft euch mal schnell aus weil wir lassen die anderen Gruppen weiterspielen Cut